Erst einmal alles ausleuchten. Suckers. Okay. Hau ab, Junge. Und tschüss. Shit. Wo hinten noch? Zu Valhalla oder was? Ich werde nie wieder zurückfinden. Das ist ja wohl klar. Ich wollte eigentlich in dieser Aufnahme noch die Höhentur beenden. Aber daraus wird wohl nicht. Und wie viel Eis ist denn hier? Meine Güte. Ich stelle meine Fackel auf. Wobei eigentlich Kohle technisch hier haben wir schon genug. Aber das rufe ich jetzt mal hier raus. Stopp, Fackele. Hier mache ich zu. Dann wissen wir nämlich, dass wir schon da waren. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Hoffentlich ist bald wieder eine Sackgasse da. Oder Diamanten. Das wäre natürlich auch schöner. Eisner Sackgasse ist natürlich auch schön. So kann man schön alles abgraben. Ein Eisenstück. Auch cool. Ich glaube die Musik ist fast nicht zu laut. Und eine Fledermaus. Was sagt uns das? Ich habe immer noch nicht gegoogelt, warum was Fledermause eigentlich uns zeigen wollen. Fakkels haben wir ja wohl erst genug. So, da oben ist wieder. Eisen. Ah, prächtig, deftig. Genau das, was wir brauchen. Eisen. Nice. So. Verrotetes Fleisch. Hier Spinnenaugenkacke brauchen wir eigentlich auch nicht. Ah, nein. Schleime haben wir jetzt sechs Stück. Hier, dieses komische Samentdreck brauchen wir auch nicht. Eisen. Oh, mit Diamanten wäre auch schön. Nix hier, nix hier, okay. Und wir gehen immer tiefer hinein in die Höhle. Denn wir brauchen ganz trinkend Eisen. Jede Menge, dass es uns wieder für Jahre reicht. Denn so Höhlentouren machen einen fix und alle. Auch meine Rüstung ist so ziemlich am Ahr. Und ja. Wir nehmen halt jetzt alles mit, was wir finden. Aber werden unsere Taschen reichen? Wir müssen uns etwas kraften. Wir müssen es leider hier tun. Und eine Fackel hier aufstellen. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Denn man weiß ja nie hier. Wir müssen uns einen Ofen machen. Ach du Kacke, was ist hier los? Einfach viel zu laut. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Kohle rein machen. Eins, zwei, drei. So vielleicht. Nehmen wir den Stack hier mal. Wir brauchen Eisen in der Zeit. Gehe ich vielleicht mal nichts machen. Machen wir diesen Kackstift noch weg. Und die Sonne strahlt auch durch. Prächtig. Hier Gravel kann man eigentlich auch immer gebrauchen. Oder halt auch nicht. Jetzt habe ich dieses Scheißding wieder eingesammelt. Wie war das? So ne? Boink. Das andere habe ich bestimmt auch wieder. Jepp. Holadio und Flieg. Und Flieg. So. Ähm. Ja. Okay. So aus den drei kann ich jetzt schon mal. Ich brauche Stickis. Tja. Ihr wisst, Holz ist sehr, sehr wichtig. So. Jetzt machen wir uns. Bin ich irgendwie bescheuert? Wieso mache ich den Bogen nicht erstmal am Arsch? So. Erstmal am Arsch. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Genau. Naja. Zwei Reichen wahrscheinlich erstmal. Und da kommt ein Creeper. Verdammte Kacke. Verdammte. Kacke. Verdammte. Wo kam denn der her? Ach du Kacke. Nochmal ein neuer. Uiuiui. Uiui. Uiui. Ich musste da jetzt erstmal einen Wall bauen, weil das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Dass ich mir jetzt hier erst einmal um meine Sachen kümmern kann hier und. So. Wir haben gerade mal ein Stack Eisen. Das ist natürlich scheiße. So. Kohl. Nimm mal mit. Hier haben wir noch das Eisen. Ich habe wieder so ein ekliges Spinn-Dreck. Kack. Kommt die einen Leiter brauchen wir auch nicht. Verrottete Blumen haben wir jetzt wieder dabei. Und da müssen wir halt mal schauen. Hier haben wir jetzt schon mal das. ok. KYB Der Creeper hat sich verpisst. Ähm. Dich nimmt man natürlich wieder mit. Und ich auch. Und in dem fall. Gehen wir oben durch Creepy 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 Dem fällt glaube ich nur noch Ein Schuss Ja toll Impfer Dazu sage ich jetzt nichts War ja nicht mal so falsch von mir Aber Das ist doch wohl nicht euer Ernst Jetzt Oh mein Gott Okay Doch den ihr Ernst Wir sollten mal die Schlucht Eher anschauen Oh mein Gott Jetzt reicht es mir hier aber Ich will eher wieder den Weg Zurück finden Das wäre schon ziemlich Nice Boah ne Das ist blöd Mit der blöden Kohle Kamen wir von hier Ja ich glaube Ja ich glaube wir kamen von hier Oder so Hier ist glaube ich eine Gassesacke Hier ging es runter Genau Hier ist Schleimgeräusch wieder Ein Schleimergeräusch Gold Warum nicht Das wollte er sich tatsächlich in die Luft schießen Mach halt Mach halt Mach da nicht Ich hätte eh Angst Und bam Bamm Voll in die Fresse Sag mir wo du hier gelandet bist Am Arsch der Welt Oh mein Gott Warum gibt es hier so viel Gold Kann man das nicht irgendjemand erklären Sag mal kommst du irgendwie von hier oben Oder Das muss Oberde unter mir sein Hier waren wir auch noch nicht Also Ich gehe mal kurz Einen Moment Ich gehe mal schnell zurück Oder nein Wir schaffen das schon Also hier ist wieder der Anfang Ich gehe jetzt da runter Und hier ist irgendwie immer noch zu dunkel Habe ich das Gefühl Hier haben wir alles ausgehellt Hier unten noch nicht Also Kohle und so haben wir noch genug Und wo kommst du es scheiß stinker her Buh 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 mittlerweile machen Ich werde auf jeden Fall jetzt mal hier zubauen. Einfach so, weil es besser ist. Sonst fliegen wir hier noch irgendwo rein und wäre doof. Hier mache ich jetzt ein Weg hoch. Du kommst weg, du kommst auch weg. Hier noch ein bisschen künstliche Verlängerung. Hier müssen wir noch ein bisschen Stein abtragen. Sollten wir ein bisschen Stein abtragen, ja. Ach hier ist ja gar nichts mehr. Ah doch da hinten vielleicht.